hallo herzlich willkommen zum neuen video heute habe ich für euch wieder einen deal ausgehandelt ein premium deal und zwar nicht bei ed mahony sondern bei wtb outdoor ihr habt vielleicht das video gesehen über die sommeraktion wo man halt diverse dinge vergünstigt bekommt zb die bware unter anderem und habe ich mir gedacht bist du dem jungen mann ein bisschen den jungen mann mal ein bisschen auf die nerven sagt man premium deal das hat ja was soll ich denn machen wenn wir schon deals also angebote gemacht wie wäre es mit einer axt einem messer hobo zu einem richtig schönen guten knallerpreis jetzt weiß ich der schwabe mit schwaben zu verhandeln ich glaube zu wissen zumindest vom dialekt her hört er sich so an einen schwaben dazu zu bringen dass andere durch ihn sparen können das ist immer ein bisschen schwierig aber er hat es gemacht ihr bekommt die black forest axt den wtb hobo kocher und ein messer nach eurer wahl entweder das falcon oder das mudpacker die habe ich beide schon vorgestellt den hobo habe ich vorgestellt die axt habe ich abgedreht aber leider noch nicht bearbeitet ich kann aber nur eins sagen dies top sahne also noch mal das messer den hobo kocher und entweder das woodpecker messer oder das falcon messer bekommt ihr für 88 euro statt 109 schlag mich tot über 21 euro gespart und zwar geht ihr auf den link der unten in der beschreibung ist und in der kaufabwicklung schreibt ihr dann rein welches messer ihr haben wollt und dann verschickt er das umgehend weil der markt ab ich glaube ersten achten macht der betriebsferien vor drei wochen dann ich sag komm dann machen wir jetzt machen wir jetzt ja also unten der beschreibung steht der link ich sag nochmal die black forest axt den hobo kocher und entweder das falcon oder das woodpecker messer für 88 euro günstiger kommt ihr dann nicht mehr dran premium deal so ich mache mich jetzt mal ein bisschen in wald auch wenn ich heute nicht so aussehe aber job zu tun ja ok ich wünsche euch noch einen schönen tag schönes bergfest bergfest ist immer mittwochs weil wir dann in der mitte der woche sind ja montag dienstag mittwoch dann ist der freitag bei mir geht es ja noch mal ein bisschen weiter runter ich arbeite ja fast jeden nicht fast jeden jeden zweiten samstag muss ich arbeiten also bei mir bis bergfest wahrscheinlich dann mittwochnacht so also ich wünsche euch noch einen schönen tag links in der beschreibung und passt euch auf dass es euch gut gehen wie immer gilt tschüss matthiot schwenkt tot tschüss hart und schwenkt die kapp meister